Ja hallo, einen Auszubildenden hatten wir ja noch, die Jessica, die ist jetzt auch da und die stelle ich euch jetzt auch mal vor und da gehen wir jetzt mal hin. Ja und jetzt kommen wir zu unserer vierten Auszubildenden, das ist die Jessica und die stellt sich ebenfalls mal kurz vor. Ja also ich bin die Jessica, ich bin etwas später gestartet durch einen kleinen Unfall, aber ich freue mich jetzt hier zu sein. Das ist schon meine zweite Ausbildung die ich mache und ich bin schon richtig gespannt wie es wird. Ich freue mich. Ja klasse Jessica, ich freue mich auch, dass du da bist und wünsche dir auch alles Gute für deine Ausbildung. Ja und da sind wir schon wieder. Alles Gute für Jessica und jetzt habe ich noch mal was auf dem Herzen. Ich stehe ja nicht alleine hier. Diejenige, die das immer alles verantwortet hier und die guten Filme macht, das ist die Nele und wir drehen jetzt einfach mal die Kamera um und wenn die Nele mal frei hat oder in Urlaub ist, der macht der Janis das und der kommt da auch mit rein.